Schere festgestellt. Ausweis ausgegeben. Schere. Super, okay. Sicherung. Schreibmaschine. Ausweis-Ding. Und jetzt muss ich da unten, schätze ich mal, die Tür öffnen. Dann komme ich nicht in die obere Etage von denen rein. Dann kriege ich vielleicht das Zeug um da drüben. Dann, äh, da. Wird geladen. Wir kriegen ja ein Ladescreen. Wir hätten doch einfach rauffahren können. So eine Aufzugssequenz. Ist doch nichts, bis, nichts Schlimmes. Unverwendliche Pläne. Ich denke nicht, dass ich da einfach rein kann. Ich denke nicht, dass ich da einfach rein kann. Den habe ich vorhin erschossen. Durch die Ritze durch. Übersehe ich hier was? Hier ist kein Terminal, was ich benutzen kann. Übersehe ich? Ich denke nicht, dass ich da rein kann. Einfach. Entweder ist es ein Laser, der Schaden macht. Aber hier ist auch kein Terminal oder so. Okay, dann können wir nur ausprobieren, entweder direkt durchzulaufen. Und wir hoffen mal, das macht keinen Schaden. Ne, das macht keinen Schaden. Das macht keinen Schaden. Das ist rot. Okay. Ich hätte jetzt da gedacht, das aktiviert irgendwas. Generaldirektors. Horrides Zugangskarte. Anwesend Zugangskarte. Nehmen wir das mal. Golfschläge auch. Hier bräuchten wir, schätze ich, das Passwort. Das, was wir natürlich nicht haben. Hier kommen wir nicht rein. Wir haben auch kein ID-Karten-Gerät. Irgendwo dann näher. Nö. Okay, da kommen wir nicht rein. Warte mal, wenn ich jetzt wieder hier hochgehe. Vielleicht muss ich es jetzt, äh, weil ich näher komme. Dann wird es rot. Okay. Hier darf ich rein. Hier darf ich auch rüber gehen. Hier wird auch nichts rot. Gucken wir uns erstmal um. Das nehmen wir gerne. Jopp, nehmen wir alles gerne mit. Was ist das? Spender, Spender, Spender. Machen alle nichts. Vor allem, was spenden die? Äh, hier ist schon so eher, eher so, so ein Hauch. Eisenerz. Ein Hauch von nichts. Oh. Braucht man nicht wieder welche? Äh, okay. Hier ist so ein Terminal wieder. Hier ist wieder ein Bleierz. Externes Verbindungssystem. Externes Verbindungssystem. Oh. Wackelpuppe Nahkampf. Militärische Schallplatte. Okay. Benutzer entdeckt. Stelle Verbindung her. Benutzer Verbindung festgestellt. Hauptader 003 bereit. Benutzer. System 003 fordert Hilfe an. Brennstoffniveau kritisch. Ruhm kritisch. Diese Hauptader fordert Reparaturbacke ein. Benutzer. Reparaturbacke abholen. Benutzer. Reparaturbacke abholen. Okay. Ich versuche das Labor nach Informationen. Ist das jetzt wieder unten? Das ist direkt unter uns. So wie es ausschaut. Oder? Ja. Wir kommen hier nur über den Aufzug runter. Wir müssen komplett runterlaufen. Hier kommen wir nicht rein. Nein. Okay. Das heißt für uns jetzt würde ich sagen. Wir müssen über den Aufzug runter. Und ich habe irgendwie den Verdacht, dass die äh... die Gegner auch noch böse sind. Werdet ihr im TS oder werdet ihr in-game? Wir sind gerade in-game. Also ich bin gerade... Ich bin gerade in-game. Das ist die Fallout-Gruppe für Mark. Kommt vielleicht noch da. Mal schauen. Jetzt muss ich hier wieder rauf. Würde ich sagen. Ich mache solche Sachen. So ein Missionchen. Gut. Ich wusste jetzt nicht, dass das ein Missionchen ist. Aber ich mache so Zeug gerne. Was? Hier. Ach. Das ist das hinter der Wand, oder? War das das hinter der Wand? Das schaut stark danach aus. Oder? Warte mal. Hier kann ich nicht drüber laufen. Ui. Das wäre ja fast in die Hose gegangen. War das nicht gerade hier oben irgendwo? Und ich suche das Labor. Ich habe keinen Plan. Warte mal. Ich suche das Labor nach Informationen. Wo du eine Reparaturbacke finden kannst. Wie schaut es hier aus? Ne. Da geht es raus. Reparaturbacke. Wir sind jetzt ganz oben. Halt bis auf hier. Hier geht es raus. Hier wollen wir ja nicht hin. Hier ist ja sonst gar nichts. Also gehen wir eins runter. Ich warte übrigens gerade darauf, dass die Gegner wieder respawnen. Wenn sie respawnen überhaupt. Reparaturbacke. Also ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal hier. 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 Trinken mal schnell einen Schluck. Äh. Waffung. Äh. Hilfsmittel. Ähm. Wir müssen aber auch essen. Oh. Da ist die Ausdauer ganz schön runter gegangen. Nehmen wir mal eine Klingkornsuppe. So. Bei dem macht nicht alles. Ich würde jetzt einfach mal hierher gehen. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass hier was ist. Schlüssel erforderlich. Hm. Toll. Okay. 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 Äh. Hier ist nichts. Reparaturbacke. Ich wüsste ja nicht mal, wie eine Reparaturbacke ausschaut. Was der will mit einer Reparaturbacke. Bastelwerkbank. Das haben wir schon alles durchgecheckt. Sonst hier irgendwas. Das gibt es doch nicht. Da ist ein Stuhl. Da kann ich mich hinsetzen. Das hier ist auch nichts. Also wir könnten hier. Ich denke nicht, dass wir hier eine Reparaturbacke herstellen können. Ich weiß ja nicht mal, was eine Reparaturbacke ist. Von dem Blei, was ich auf jeden Fall habe. Lass mich mal. Och, ich hätte ja vielleicht erstmal. Oh, jetzt ruckelt es wieder kurz. Weil es ist echt vieles, was ich da ein... Dann haben wir jetzt zack. 10 Millimeter, 10 Millimeter. Bleirohr, Golfschläger, Golfschläger, Golfschläger. Da können wir erstmal schön durch. Ich springe jetzt mal kurz langsamer. Oh, vorsichtig jetzt halt. Was ist das? Oh gut, die kann auch weg. Kleidung habe ich ja nur Raiderbrustteil. Das kann weg. Raiderbrust, äh Ding. Witze. Soll ich die anziehen? Macht halt nichts. Ja, macht wenigstens. Verhindert Schäden durch Krankheiten. Und Gefahren aus der Luft. Ja, ich lasse ihn jetzt. Das hebe ich auf, weil wir mal ins Minusgewicht gehen können. Dann dadurch. Noch, noch, muss ich sagen. Wer weiß, wann sich das sich das ändern? Raiderbrust, Arm und Gurtet. Hätte ich jetzt gern gelernt, wenn man die Mod zerlegt. Okay, hier war nichts jetzt auf der Etage. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, dann gehen wir wieder runter. Eins, zwei, da runter. Wie viel 10 Millimeter habe ich denn eigentlich? Ein bisschen. Hier. Na gut, da ist es nicht die Rede wert. Hier. Out of order. Hier ist hier irgendwas, wo ich hier irgendwas lernen kann. Irgendwo was versteckt. Oder wo mir was hilft. Hier ist nichts. Hier ist noch ein... Seien Sie gegrüßt, bleiben Sie am Geschwister. Haben Sie einen schönen Tag? Ja, habe ich. Noch. Noch habe ich den. Hier kommen wir dahin, wo wir schon waren. Hier. Sehe ich jetzt auch... Nichts. Was mir weiterhilft. Hä? Kommisschraubenschlüssel. Hier. Kronkorkenfahrt und eine Energiewaffenwackelpuppe. Eine Stunde lang. Das ist so ein bisschen schade. Habe ich so viel übersehen? Anscheinend, ja. Das wird ja... Nicht hier hochgehen. Hier ist auch nichts. Okay, hier ist auch nichts. Können wir noch... Er sagt mir eh in die Richtung da drüben. Ist was. Hier ist aber auch nichts. Also der sagt mir, dass das irgendwo da drüben sein soll. Das sehe ich ja. Ich bin ja nicht ganz blöd. Okay. Okay. Aber hier ist auch nichts. Ich glaube, ich glaube, voller Petergruppe hat geschrieben. Jakob Räger. Kürzlich. Äh... Freunde. Anfrage annehmen. Habe ich. Gut. Ups. Ups. Bin ich jetzt noch im Spiel? Ja. Okay. Aber hier ist auch nichts. Und hier drüben war ja nicht wirklich was. Hier ist das Treppenhaus. Hier. In die Richtung. In die Richtung. Hier drüben. Und hier drüben war ja nur... Der Raum. Hier ist es nicht. Auf der Höhe? Hä? Hier sagt das mir an. Oh, sagt das mir noch höher an? Und in die Richtung, wenn ich höher bin? Ja. Das ist also nur auf der Seite. Welche Räume sind denn auf der Seite? Hier. Hier. Hier soll es sein. Okay. Hörst du mich? Ne. Du bist nicht im Team. Ich muss erst mal auf meine Mapbekommen. Hier ist aber nichts. Du bist einem Team beigetreten. Okay. Hier ist nichts. Dann muss ich mal höher. Hallo. Ah. Er hat es voraussichtlich aus. Ich bin auch nicht im TS. Servus. Ah. Hi. Hi. Wo bist du denn? Ich bin gerade in einem Haus und suche gerade irgendwie, wie ich was... Und zwar eine Reparaturbacke soll ich herstellen. Oder find? HQ, oder? Hä? Da ist es doch. Hornright HQ. Genau. Dann komme ich mal zu dir. Aber ich weiß nicht, wie ich die Reparaturbacke herstellen soll. Oder wo ich die finden kann. Ich suche gerade... Ich suche gerade... Ich gehe mal kurz auch kurz da rein. Du bist in dem Hochhaus. Hm. Da ist die Quest. Also ich streame übrigens gerade, falls dich stört, gell? Ach, du streamst. Hast du einen ordentlichen Rechner, ha? Ja. Ja. Ja, ich glaube. Hier markiert er mir das. Ah, toll. Die Gegner sind alle respawnt. Ah, ich sehe es. Tschüss. Ich gebe jetzt keinen Nerv für euch. Äh, tschüss. Äh, tschüss. Wo ist noch einer? Die sind da unten. Das interessiert mich gerade nicht. Tschüss. Und tschüss. Hinter mir ist auch einer. Tschüss. Ich setze jetzt Ruhe. Gut. Ist die oben in dem Raum drin? Wie die geht? Dass ich mich hier jetzt umsonst hier den Wolf absuche in dem Haus? Kann sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich suche mir gerade ernsthaft den Wolf ab. Ich war hier schon mal. Soweit ich weiß. Ich habe es, glaube ich, hier schon mit den Quest schon gemacht. Hier geht es raus. Also, dann kann die nur oben in einem Raum sein. Ja, ich weiß nicht, wo die ist gerade. Deswegen suche ich wie so ein Blöder. Äh, hüpf. Äh, hüpf. So, was genau musst du machen? Die Reparaturbug suchen. Ach, Reparatur, die ist hier unten. Wo? Warte mal, Reparaturbug. Boah, das ist schon ewig her. Schon ewig? Schon ewig? Du bist Level 16. So lange kann das noch gar nicht her sein. So, ich habe, ey, warte mal. Wann habe ich das letzte Mal gezockt? Äh, letzte Woche, letztes Wochenende? Vorletztes Wochenende? Ich weiß es nicht mehr. Also, ich probiere es jetzt mal oben. Weil ich habe jetzt jeden Raum durchgesucht. Jeden Raum. Ich probiere es jetzt nochmal oben. in dem Raum drin. Weil ansonsten bin ich... Sonst weiß ich nicht mehr weiter. So, hier. Die Spender geben auch alle nix raus. Ich könnte den Code eingeben. Ja, irgendwo muss der Code sein. Irgendwo muss der Zettel sein für den Code. Ach, ich... Ich... Ach, ich brauche den Code. Wahrscheinlich, ja. Hier irgendwo muss der Zettel liegen. Ach, nö. Ich habe doch Millionen von Zetteln einstecken. Ich habe doch Millionen von Zetteln einstecken. Woher soll ich denn wissen, welcher Zettel der Code jetzt war? Kann es nicht einfach das hier sein? Nein. Muss ich einen Code eingeben? Also, musstest du den Code eingeben? Weißt du das noch, circa? Ja, musste ich. Irgendwo weiter unten war ein Code. Warte. Oh, wie hieß denn das nochmal? Ja, kann es nur unter Notizen sein, oder? Ja. Aktenstatus? Der ist nämlich mir markiert. Nein. Ah, bei einer Radio man, glaube ich, nicht nur länger bleiben kann. Okay. Der Aktenstatus ist mir markiert als Mission, aber sonst... Stuftschleuse C7. Silo Alpha Code Abschnitt? Nee. Das ist für die Atombombe. Scotts Hinweisliste? Nein. Sam Blackwell. Nein, zur Referendum Nummer 6. Nee. Das wurde Skazelle. Befehle. AMS Skandalfirma? Nein. Boah. Das einzige markierte, was hier ist, Mr. Hannover, ich habe so gut wie alle Taten der Personalabteilung auf den Archiv unten übertragen. Aber bei allen Radiomaniern glaube ich nicht, dass ich länger bleiben kann. Im Archiv? Kann es sein, dass es im Archiv ist? Könnte durchaus möglich sein. Dann gehe ich mal runter ins Archiv und schaue mal, ob ich hier irgendwas finde. Vielleicht, ich schaue mich gerade auch rum, vielleicht finde ich hier noch irgendwo was. Zettel oder sonst irgendwas rum. Da könnte ich durchdrehen, wenn ich Zeug nicht finde. Gehe ich mal rüber ins Archiv. So. Du streamst auf YouTube, oder? Äh, Twitch. Ach, Twitch. Okay. Äh, Marketing. Wart mal. Lebenslauf, 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 Lebenslauf. Nee, dann ist es das vielleicht. Fehler. Nein. Betrieb, Datenbank. Nein. Ich schaue... Archiv, da müssen es schon alle kacke aus. Keins von beiden... Keins darf mal besser gehen. Hier ist... Bierflaschen drin. Was saufen wir in der Arbeit? Ich glaube es ja nicht. Ansonsten geht hier nichts. Und hier ist auch kein Zettel. Hier irgendwo? Im Mölleimer? Nö. Hier im Mölleimer? Nö. Das Archivterminal wird genauso broken sein. Datenbank der Marketingabteilung. Ah, das ist ein bisschen besser. Verbindung verloren. Fehler. Betriebsdatenbank. Fehlerbesicherung herstellen. Da zeigt mir das aber auf jeden Fall. Wenn ich an den... An das empfand. Ups. Da habe ich auch schon alles durchgeguckt. Wo ist der Code? Äh, Gott. Durchsuche das Labor nach Informationen, wo... ...du eine Reparaturpark finden kannst. Wo ich eine finden kann. Hattest du... Äh, hast du mal die Terminates? Ja, die habe ich alle schon durchgeswitcht, ja. Hä? Irgendwo hier ist eine Fakke. Ach klar. Ich muss dir ja kurz mal was zeigen. Ja? Alter. Alter. Das Ding ist bestimmt sackisch schwer. Es geht. Es geht. Aber ich war... Mit dem Ding... Wir sind... Es ist mega stark. Ich habe meine ganze Muni schon verjagt. Ähm. Aber ich war... Wir waren gestern gegen Schlinger dann. Das war nicht so gut. Also die Schlinger sind mega stark. Ich... Ich guck mal schnell. Hier sind zwei Archiv-Terminals. Aha. Ja, das habe ich schon durchgeschaut. Das geht nicht. Ich weiß, mit dem Aufzug geht's runter. Nee, rauf. Äh, rauf, ja. Irgendwo war ein Zettel. Aber ich muss mal schauen. Vielleicht finde ich den bei mir irgendwie noch drin. Äh, warte mal. Der ist schon da jetzt mit drin. Guck grad mal. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich muss... Nee, ich hab's auch nicht mehr drin. Ja, ich google grad mal. Ja. Aber wirklich was finde ich auch nicht. YouTube-Videos. Ganz viel, wo einfach nur Fallout 76 ist. Nicht mal irgendwas. Ups. Ich kann dir vielleicht sagen, ich finde keine wirklichen Informationen. Und ich bin... Dazu... Das einzige, was ich kriege, ist irgendeine Seite, wo man sich dann ein Video runterladen kann. Die Hauptautor. Neverwinter, Vicky. Mal schauen wir mal das an. Danke für die... Guck mal da. Hä? Hinter uns. Hi. Level 22. Äh... Er markiert mir das auf jeden Fall auf der Seite hier. Auf der Seite hier, hinter der Wand. Irgendwo hier auf der Höhe. Ja, und was ist da? Ja. Auf der Seite ist es... Er fängt mir an in dem Suchradius, sozusagen. Aber ich finde hier nichts. Ja, da hast du die Terminals mal hier durchsucht. Und das Ding hier mal, das Lebensläuferbehälter. Ja, ja. Nee, nee. Das ist ja noch nicht in dem Suchradius. Das ist hier hinter der Wand, eher das Ding. Und das sind nur wenige Räume in dem Suchradius drin. Das wären... Hier hinten wäre in dem Suchradius... Nee, auch nicht. Hier ist ein Holo. Ja, die Holo... Mitgenommen habe ich schon alles. In dem Suchradius ist nur ganz wenig drin. Das ist der oberste Raum. Das ist nur der oberste Raum eigentlich. Wenn ich so denke, in dem Suchradius. Oder war hier ein anderer Raum? Nee, der ist noch nicht in dem Suchradius drin. Ich will die Mission jetzt machen, weil... Ich... Was ich überhaupt nicht mag, ist Missionen, die... Die ich nicht abschließe, weil ich zu blöd bin, irgendwas zu finden. Der Raum hier ist aber auch nicht mehr im Suchradius drin. Warte mal. Warte mal. Nein. Der Raum ist auch nicht in dem Suchradius. Warte, kann man mit? Ja. Irgendwo war doch das Ding hier, wo du dann durchlaufen konntest. Wo war denn das jetzt? Also das war jetzt der eine Rauch. Der ist nicht mehr im Suchradius. Der ist auch nicht in dem Suchradius. Das ist hier noch zwei Meter in die Richtung, Richtung Wand. Dann beginnt der Suchradius. Komm mal mit. Nee, nee, der ist auch nicht... Meinst du inzwischen die Wand? Hinter der Wand? Ja, hier. Nee, das ist auch nicht im Suchradius. Das ist auch nicht drin. Oben rum irgendwo. Ja, wir haben... Ich war mit einem anderen Kollegen gezockt und... Da hatten wir auch kurz irgendwie Probleme. Aber ich weiß es nicht mehr, wo das genau war. Ja, ich probiere jetzt nochmal. Ich gehe jetzt nochmal eins rauf. Ich schaue jetzt einfach mal. Irgendwo muss ja der Suchradius sein, wo dann der Raum ist. Jetzt bin ich ganz oben. Und der Suchradius ist sogar noch zwei Meter hinter der Tür. Okay. Dann kann es ja eigentlich nicht viel Auswahl sein. Wenn ich so... Also hinter der Ausgangstür immer noch zwei Meter weiter. Um geht es ja nirgendwo lang. Da kommst du hier. Hier ist ja alles zu. Genau. Und wenn du rechnest... Du läufst jetzt gegen die Tür und dann nochmal zwei Meter weiter müsste ich laufen. Ja, aber da geht es raus. Also muss es dann vielleicht ganz weit... Noch weiter unten sein vielleicht. Verstehst du, wie ich meine? Hm. Weil hier der Raum ist auch noch nicht... Äh... Dinge... Das kann ja dann eigentlich nur... Ganz unten sein. Das kann ja Esta. Alles klar, ich habe zu... Nichts.